Somit ist euer Sandron wieder in der Zivilisation angekommen. Ja, wir sind hier in der Nähe der Stadt, wie ihr an der großen Plattform hier sehen könnt. Auf dem Weg zur Stadt wollte ich einer Bitte von einem Zuschauer nachgehen und zu Marktown gehen. Leider konnte mir der Zuschauer nicht sagen, wo Marktown ist und dementsprechend habe ich es auch nicht gefunden. Falls wirklich bei irgendwem noch Interesse daran besteht, dass ich bei Marktown vorbeischaue, bitte ich darum, dass mir irgendwelche Koordinaten gegeben werden, weil auf die Schnelle konnte ich nichts finden. Und ja, ich bin halt wieder bei der Stadt und ich finde es mittlerweile lustig, dass ich sogar ohne Koordinaten zurückfinde, weil ich schon so oft hin und her gelaufen bin. Und ja, das Ziel, das wir heute in der Stadt haben, ist erstens, Entschuldigung, in Tracys Haus zu besuchen. Weil ich wurde darum gebeten, dass ich ja mal bei Intracy vorbeischauen soll. Weshalb, warum, wieso, weiß ich nicht. Vielleicht reines Interesse, vielleicht auch nicht. Werde ich mal machen, weil ich ja das versprochen hatte. Und wir werden außerdem in der Stadt Schilder platzieren, mit dem Hinweis, dass ja Schloss Duvisib darauf wartet, entdeckt zu werden. Und ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das mache. Einerseits dachte ich per Koordinaten, aber andererseits habe ich mir überlegt, dass ich es per Fackeln mache. Die Idee ist sehr simpel. Wir werden Schilder überall in der Stadt platzieren, wo draufsteht, folgen Sie bitte den Fackeln bei Sanderon. Oder halt irgend sowas wie, folge der Fackel bei Sanderon, um dein Glück zu finden. Folge der Fackel, um Reichtum zu finden. Und dann werden wir hier Fackeln an die Seite des Hauses platzieren und immer wieder so Holzblöcke, wo eine Fackel an einer bestimmten Seite hängt. Und die Holzblöcke werden halt immer mehr Abstand haben und irgendwann muss man den Holzblöcken folgen, bis man bei Schloss Duvisib ankommt. Das ist halt eine Methode, die man früher in Minecraft benutzt hat, bevor es die Minimap gab, um wieder zurückzufinden. Und ich dachte daran, die Methode zu nutzen, um Schloss Duvisib finden zu lassen. Okay, ich musste nur gerade was wegen meinem Mikro schauen. Und das hat kaum mehr in der Stadt gespielt, schade. Ja, und das war halt mein Plan, um Schloss Duvisib entdeckt werden zu lassen. Aber auch gleichzeitig will ich in verschiedenen Briefkästen Bücher reinwerfen, wo drin steht, bei folgenden Koordinaten erwartete blablabla oder irgendwie sowas. Und ja. Kann ich endlich Schlafen spielen? Lass mich schlafen! Ich will nicht in der Nacht rumherlaufen. Ich werde jetzt so lange klicken, bis ich schlafen kann. Oder ich gucke, ob ich hier was drin hatte. Ich kann ja mal meinen Kurbel, meinen Kurbel ablegen. Und ein bisschen was... Ah, warte. Ich habe ja, während ich unterwegs war, ein bisschen Fleisch gesammelt. Ja. Und erstmal mein Dierschwert rauswerfen. Ich bin so schlau. Yay, ich kann schlafen. Nach ein paar Versuchen. So. Frühe Morgenstund weckt das... Ach, ich kann den Spruch nicht mehr. Jo. Jetzt müssen wir noch in Tracys Haus finden. Das ist auch ein Problem, möchte ich sagen. Wo ist denn in Tracys Haus? Wo ist denn Tracys Haus? Bist du in Tracys? Nein. Bist du in Tracys? Nein. In Tracys? Nein. Hm. Oh, mein Name steht auch hier. Aber nicht in Tracys. Aber wartet mal. Ich kann ja gleichzeitig... Die Tatsache, dass ich noch in Tracys Haus... Ah, ich habe die Koordinaten gerade nicht zu Anfang. Schluss, du wirst sie... Dann möchte ich es ein andermal. Edgar, der fünfte RIP, unser Erlöser. Palutens Haus. Craft Creed... Ein bisschen Pen schreiben. Ähm... In Traci... In Traci, in Traci, in Traci... Oh, ein bisschen Tracys Lager aus. Das ging schnell. Oh, sogar mit Knopf. Er ist sogar nett. Oder auch nicht. Nein, doch. Okay, die Truhen sind alle gesichert. Ich kann da nicht reinschauen. Ah, das ist Glas. Habe ich nicht mitbekommen. Okay. Interessant. Und da habe ich gerade Probleme mit den Frames. Ja. Warum fallen gerade meine Frames so weit runter? Das wundert mich. Das wundert mich gerade stark. Was ist denn mit meinen Frames los? Ich deaktiviere mal kurz den Shader. Oder... Ja. Shader weg. Weg, sagte ich. Ja, jetzt sind die Frames wieder... Okay. Warum hat denn mein Shader gerade so rumgespinnt? Äh... Ich wähle mal einen anderen aus. Ähm... Was mit... Die ganzen Ultra-Dinger, die probiere ich nicht mal aus, weil da meist dieser Blur drin ist. Ja. Sieht doch auch schön aus. Ach, der hat diesen Blur drin. Dann kann ich ja gleich das Ultra-Teil nehmen. Ich wurde nebenbei auch gefragt, ob ich vielleicht meine, ähm... Ähm... Wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das? Video-Settings. Ähm... Wo kann ich das denn einstellen? Fuck, ich habe es vergessen. Details? Nein. Performance? Nein. Aller? Nein. Wo war denn das? Ah, hier. Ob ich mein, äh... Sichtfeld hochstellen will. Ich stelle es mal auf 80 hoch. Und ihr könnt mir sagen, was ihr davon haltet. Oh, ich finde das ist so schlimm mit diesem Fokus. Aber, dann müssen wir wohl damit leben. Wenn meine Frames anscheinend bei Swice... Ich probiere mal wieder Swice. Das kann irgendwie nicht sein. Swice-Standard. Ja, jetzt sind die wieder hoch. Was auch immer gerade los war. Ähm... In Traces Lagerhaus. Ist das jetzt in Traces Haus? Ich schätze mal. Holy Macaroni... Demoni... Launi... Hauni... Mauni... Wau... Dauni... Sauni... Hä? Wow, 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 wow. Wow. Ameno. Das ist Orakel. Das ist die Ameno-Kirche, oder? War ich hier schon mal drin? Mir kommt es unbekannt vor. Zumindest das hier. Das hier kannte ich noch nicht. Regeneration. Okay. Habe ich denn auch Regeneration? Nein, habe ich nicht. Und sind die FPS gerade? Nein. Okay. Äh... Danke. Ach, das ist Glas. Ah, ich kann hier rüberlaufen. Okay, gut. Aber... Holy Macaroni... Holy Macaroni... Okay. Hier wurde es nie fertig gebaut. Schade. Aber... Das hat nicht den Tracy alleine gebaut, oder? Wäre ein bisschen Hardcore. Aber geil. Das ist echt geil. Ich kann mich echt nicht daran erinnern. Vielleicht sieht es mit Shadern anders aus. Ich weiß es nicht. Aber das war zumindest in Tracys... Lagerhaus. Und daneben ist ein Schild. Baustart. Hier entsteht eine Ameno-Kirche. Item spende ich hier. Ähm... Tudu... Reliefs in... Könnte ich eigentlich mal weitermauen? Nein. Ich bin nicht gut im Bauen. Ich bin überhaupt nicht gut im Bauen. Briefkasten Debitor. Sturmwaffels Bastelkiste. Bei Sturmwaffeln war ich da, glaube ich, schon mal... War ich da schon mal drin? Ich glaube nicht, oder? Dirk Bäumer war hier. Was es auch immer dieser Dirk Banner ist. Oh, ganz viel Eisen, der... Richer Typ hier voll. Hm. Schön. Äh... Erstmal Beine brechen. Hoffentlich kein anderer Schuss. Ja, okay. Das kennen wir ja. Ähm. Okay. Ist es jetzt in Tracys Haus gewesen? Oder... Weil es waren irgendwie nur das Lagerhaus. Ich glaube, der hat ja immer nur die Ameno-Kirche gebaut, oder? Weil hier ist Crafts Creed, der nie zu Ende gebaut hat. Auch wirklich nie. Hm. Mit einem Grafikpack. Ähm. Genau neben der Ameno-Kirche. Sieht echt geil aus. Ich gehe mal kurz runter zum Orakel. Vielleicht sieht es jetzt auch komplett anders aus. Und ich war hier schon mal drin, aber... Ameno-Farm? Ach, gehen wir mal zuerst zur Ameno-Farm. Yay. Die Treppe runter, dann bist du bei der Farm. Ameno-Farm. Äh. Ach du Scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vier, vier, zehn, fünf, zehn, sechzehn, sieben, achtzehn, neun, zehn, zwanzig. So, und jetzt passiert was? Anscheinend nichts. Ja, anscheinend nichts. Ähm. Huh. Auch wenn hier ein Signal durchgeht. Interessant. Was sollte denn passieren? Oder ist das schon alles überschwemmt? Ach, das sollte erst überschwemmt werden und ist schon überschwemmt gewesen, oder wie? Oder habe ich es überschwemmt? Ne, das bewässert hier nur. Hü? Huh? Huh. Ganz viele Seeds. Da kann ich mir ein paar mitnehmen. Wird schon niemand vermissen. Ähm. Ähm. Ich wollte endlich auf die Kiste und die Leiter hoch. Ja. Danke. Ja, ich glaube, hier sollte Wasser runterkommen. Oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ja. Die Idee ist wenigstens gut. Und extrem viel. Also, wer auch immer das gebaut hat, der muss sehr viel Zeit gehabt haben. Hier ist so viel Zeug, was ich angucken kann. Ich komme gar nicht darauf klar. Ich glaube, das mit den Schildern und so weiter machen wir in der nächsten Folge. Wenn ich noch dran denke. Muss ich immer dazu sagen. Weil ich bin vergesslich. Sehr. Ähm. Dann gehen wir mal hoch. Jetzt bin ich gespannt, was beim anderen Zeug ist. Hier zum Beispiel. Aber das sieht mir mehr aus wie... Oh ja, die haben hier Treppen. Dann kann ich ja vorbeischauen. Obwohl ich vielleicht mal was essen sollte. Alter. Hier gibt es ja doch was. Heilige Scheiße. Ach du Heilige. Das sind gerade komplett neue Gebiete für mich. Ich kenne das gar nicht. Und ich habe gerade ein Pflänzchen getötet. Entschuldigung. Entschuldigung, armes Pflänzchen. Wo war es? Hier. Ähm. Also, ganz ehrlich. Wer auch immer das gebaut hat. Respekt. Also. Das ist echt geil. Heilige Scheiße. Das ist geil. Wo ging es nochmal hoch? Wo ging es nochmal hoch? Äh. Ernst gemeinte Frage. Hier, oder? Ja. Hier ging es hoch. Uh. Gibt es was im Ofen? Nein. Alter. Kann das Klett aufhören, mir auf die Nerven zu gehen? Ich finde es lustig, wie schnell man nicht auf den Treppen rennen kann. Nene, 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 nene. So. Ähm. Was gibt es hier? Ah. Ein Ausgang in ein Häuschen. In Tracys Haus am See. Ach, das ist in Tracys Haus. Und. Wieder. Also, ich glaube, irgendwie der Shader spinnt gerade. Ziemlich rum. Ähm. Ich. Sildos Vibrant. War der gut? Es gab doch noch irgendeinen guten, der mir gefiel. Nee. Der war es nicht. Ähm. Schokarpig. Äh. Okay. Dann nicht. Dann halt. Queer Shaders. Ach, du scheiße. Sieht ja schrecklich aus. Äh. Dann. Mr. Meep X3. Nicht Light. Heulige Scheiße. Was haben die Leute denn mit ihren Shadern angestellt? Äh. Das Heiß gefällt mir eigentlich so sehr. TMI Shaders war, glaube ich, gut. Aber die haben auch diesen Blur. Ich hasse diesen Blur. Ah, der hat kein Depth of Field. Oder wie das heißt. Ja, okay. Die FPS sind ein bisschen niedriger als normal bei Zeus. Aber besser als nichts. Besser als nichts, Leute. Besser als nichts. Äh. Okay. Hier sehe ich nichts. Ach, wir müssen ja eh bald den Part beenden. Also das ist in Tracys Haus am See. Und hat einen Durchgang zur Armenokirche. Schön. Ist das in Tracys Haus? Das kann sein. Ich guck mal kurz nach. Weil Tracys schandt ja hier viel gebaut zu haben. Yindoyon. Okay. Ah. Gesichter Holztür. Hast du gesagt, wir betreiben hier gerade Einbruch. Das ist cool. Die Bilder. Das ist echt cool gemacht. Also gefallen holt es mir schon mal. Aber wie komme ich hier wieder raus? Äh. Hier rüber. Nein. Wo kam ich gerade her? Ah. Okay. Also entweder hat er vergessen sein. Ähm. Kann ich was essen? Scheiße. Ich hab nichts zu essen. Also entweder hat er vergessen seine eine Tür zu sichern. Oder es war so gewollt. Post für Edgar Junior. Perfekt. Ich weiß. Ich sollte nicht aus den Briefkästen klauen. Aber ich verhunger sonst. Ah. From the Future Zeitungsausgabe. Ah. Ich glaube kaum, dass das funktioniert. Und ja. Das war es dann mit auf der Spur nach in Tracys für heute. Ja. Das war halt. Ah. Das war auch gar nicht. Ja. Das war es. Mit dem Part. Wiedersehen Leute. Euer Sandron.